Hallo, ich bin's, euer Bert. Ich möchte euch heute zeigen, wie man schön gesund bleibt. Ja, also jetzt hört aufmerksam zu. Um richtig gesund zu bleiben, muss man... Äh... Ernie, was machst du da? Ich laufe ein bisschen. Bewegung ist gut für mich. Gut, gut. Aber nicht jetzt, Ernie, okay? Ich bin gerade bei einem wichtigen Thema. Okay, Bert. Okay. Also, wie ich bereits sagte, was ihr als allererstes unbedingt machen müsst, um gesund zu bleiben, ist... Ernie, was ist schon wieder? Oh, ich esse nur eine von diesen köstlichen Möwen. Ja, könntest du das bitte irgendwo anders machen? Na klar, Bert. Und stupst mir nicht immer auf die Nase, Ernie. Du weißt, das mag ich nicht. Ähm, also, wo war ich? Äh, ja. Der beste Weg, um gesund zu bleiben, ist... Äh... Hä? Ernie, was machst du da? Hä? Ich hole mir gerade nicht her. Was? Ernie, hör bitte auf, dir die Zähne zu putzen. Ich verstehe nichts, wenn du dir die Zähne putzt. Äh, ich sagte, ich putze mir gerade die Zähne, Bert. Ich weiß, dass du dir die Zähne putzt. Ich kann doch sehen, dass du dir die Zähne putzt. Aber ich möchte, dass du damit aufhörst. Dir die Zähne zu putzen. Und hör auf, Gemüse zu knabbern. Und hör auf, rumzulaufen. Sonst schaffe ich es nie, allen klarzumachen, was man tun muss, um gesund zu bleiben. Aber Bert, sich die Zähne zu putzen, Gemüse zu essen und sich zu bewegen, hält uns doch gesund. Ist das so? Ja, und so haben wir allen schon gezeigt, wie man gesund bleibt. Haben wir? Ja, wir haben einen tollen Job gemacht, Bert. Ich bitte um einen Applaus für meinen Kumpel, Bert und mich. Äh. Ja, 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 und verbeugen, Bert. Oh ja, gut, 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 ja. Und nochmal verbeugen, Bert. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Bis später, Bert. Vielen Dank, vielen Dank. Bravo, bravisch. Was ist denn hier los? Oh, danke. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke sehr. Ja, ich komme gern wieder. Untertitelung des ZDF, 2020